Hallo ihr Lieben, einen wunderschönen Sonntagabend wünsche ich euch. Ja, ich habe mir gedacht, ich setze mich nochmal ran, weil es ist schon ja eine Woche her und man, die Zeit vergeht, man kriegt es gar nicht mehr mit, Ruckzuck ist alles wieder vorbei, der Urlaub ist um, die Sommerfeen sind um, ja, und wir sind jetzt im achten Monat, gehen schon im neunten bald dran, es ist echt Wahnsinn und durch dieses ganze, dass ich nicht viel zu Zeit gedreht habe, habe ich oft Sachen weggeworfen, habe gedacht, komm, nächste Zeit hast du das in so kein Elan zu und habe das dann einfach im Müll gebracht, ja, aber jetzt habe ich für so circa zwei Wochen wieder, nicht für, vor circa zwei Wochen habe ich angefangen zu sammeln und das möchte ich euch heute Abend zeigen, was ich hier habe, ja, ich fange gleich mal an mit Kuschelweich, Tschüss Mikroplastik steht hier drauf, Weichspüler Revolution, es ist ein Bestseller für 38 Wäschen und ich muss ganz ehrlich sagen, es war überhaupt nicht mein Geruch, es war jetzt nicht ganz schlecht, aber ich weiß auch nicht, also wenn der mal ein Angebot ist, würde ich ihn mitnehmen, so kriege ich der gar nicht so schlecht, aber in die Wäsche hat er direkt nicht viel getan, also meins war es direkt nicht, aber wie gesagt, wenn er ein Angebot ist, nehme ich ihn das nächste Mal mit, mal wieder, aber sonst, ähm, für den vollen Preis, glaube ich, würde ich mir den eher weniger nehmen. Genau, dann habe ich ein DUMOL Hygienespüler verbraucht, ich habe meine Brilleaufsetzung, gelegentlich habe ich die Antikypteile hier angelegt, ähm, ein DUMOL Hygienespüler, Universal Wäschedesinfektion, ähm, ja, die Flasche ist, äh, 98% recycelbar, beseitigt 99,9% der Bakterien und Pilze und Viren, ja, geht schon ab 20 Grad los, ähm, für Handtücher nehme ich das, und für eine Sportsache, direkt macht bei uns gar keiner Sport, bin ich ganz ehrlich, und wir gehen gerne spazieren mit Karl, und das ist unser Sport, aber so direkt, dass wir uns hier noch betätigen mit irgendwas, nein, muss ich jetzt sagen, auch so, dass du gerne baden, geht mal im Sommer, ähm, unterwäsche ich mich auch gerne, und Bettwäsche auch, ja, also das kaufe ich wieder nach, den habe ich auch immer wieder, und den kennt, glaube ich, auch fast jede Hausfrau, dann hatte ich mir mal vor lange, lange Zeit, ähm, jetzt muss ich mal überlegen, wie der heißt, ähm, Repo, genau, Repo, diese große Flasche mitgenommen, Waschmaschinengel mit Fahrtschubsystem, ähm, der Waschfuchst Color, für 123 Wäschen, 4,2 Liter sind das, für 30, 40 und 60 Grad geeignet, und ich muss sagen, super, äh, super Waschpulver, nicht Pulver, sondern Waschgel, äh, kann ich jedem nur raten, wenn ihr da mal ranfahrt, nehmt euch mal sowas mit, es gibt auch einen, der hat jetzt nicht so gut gerochen, ach doch, das war der mit Geruch, aber ich hatte mir schon mal einen, äh, mitgenommen, und der war, hat nicht ganz so gut gerochen, hat aber auch seine Arbeit getan, aber dieser riecht sehr gut, und war bei 3,95 Euro, und da habt ihr eh wie fast von, also, super Sache, kann ich nur jedem raten, ja, äh, muss ich erstmal gucken hier, dass sie ein bisschen so viel ist, achso, genau, dann hab ich hier die Persil, äh, Powerpads verbraucht, 97, weniger, Prozent weniger Plastik, äh, und da ist ein Schutzfilm drin, der ist aber abbaubar, wenn du in eine Waschmaschine hast, tiefenreihen, löslich, schon ab 20 Grad, ja, ich kann jetzt nicht sagen, ähm, dass sie ganz schlecht war, zwölf Stück waren in dieser Packung drinnen, nein, das kann ich nicht sagen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, nachkaufen würde ich sie mir nicht nochmal, ähm, weiß ich nicht, war nicht irgendwie so meins, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich hab auch oft meine Tabs so am Wochenende ins Klo reingemacht, und da war das Klo richtig schön sauber nach, aber ich weiß nicht, das ist auch so, wenn man das rausnimmt, ich hab jetzt keines mehr drinnen, das ist wirklich so, wie das auf der Packung, hier auch, ich denke mal, das kennen auch schon viele von euch, und irgendwie hat man das Gefühl, wenn man es reinwirft, hoffentlich löst sich das auf, man hat da irgendwie so ein Hintergedanken bei, also mir geht es jedenfalls so, aber es hat sich aufgelöst, also es waren auch keine Restbestände irgendwie in irgendwas drinnen, dass das da weiß hing oder so, aber ich weiß nicht, irgendwie war es nicht so ganz meins, ne, aber zum Probieren ist es mal nicht schlecht, wenn einer Interesse hat, kann er es auch gern machen, aber so direkt, dass ich mir das jetzt unbedingt nochmal nachkaufen muss, ich hab noch eine Packung davon, äh, weiß nicht, war das auch Persil, oder war das von A.I. so eine Tabs, muss ich jetzt gucken, und, äh, aber nochmal nachkaufen, ne, muss nicht sein, vielleicht nicht, dann hab ich diese, äh, die hatte ich ja neulich schon gezeigt, auch so als, äh, Putz, für Putz, so Putzen, diese Dr. Becks Original, äh, Waschmittelblätter, Universal, und ich muss euch ganz ehrlich sagen, die sind richtig, richtig toll, die hab ich mir auch schon mal wieder nachgekauft, jetzt gerade, ich hätte nie gedacht, dass die so toll sind, vom Geruch finde ich die super, die Wäsche ist richtig schön schäumig, also, wirklich, und wie gesagt, man hat nicht viel Abfall in den Tüten oder Tonnen, je nachdem wie ihr es habt, und für 25 Wäschen ist da was drinne, ich muss sagen, ähm, da halte ich mich jetzt so ein bisschen an meinen eigenen, was ich, wenn ich denke, nee, ein so ein Blatt reicht nicht auf, so bei Bluse und so ist das kein Problem, aber wie gesagt, wenn du ein bisschen Verschmutzung hast, an irgendwas T-Shirts oder irgendwas, dann mach ich da einmal zwei rein, aber das ist so super schäumig, das sollte man nicht glauben, hätte ich nie gedacht, und auch vom Geruch hat es mich, ähm, wirklich begeistert, ne, und das war jetzt hier Euro, so eine Packung, drei noch was, 3,95 oder so, also die, hab ich schon nachgekauft, und werde ich auch immer wieder benutzen, ach ja, dann hab ich ja diese Allzwecktücher gehabt hier, die sind auch schon alle, weil die meine Freundin hat sich drei Stück mitgenommen, die wollte ihre Fenster damit aufputzen, als sie hier zu Besuch war, und ja, ich hab damit gewischt, und den Garten und alles, ähm, abgewischt draußen, und, äh, ja, da waren die Rucksäcke weg, Auto mit sauber gemacht, ja, und, äh, die waren auch ganz toll, kann ich auch nur jedem empfehlen, auch weniger Plastik, als wenn man sich da, jetzt, ähm, ja, diese ganzen Flaschen hinstellt, und das macht wirklich, 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 richtig toll sauber, probiert das mal aus, ich bin da total von überzeugt, hab ich auch schon nachgekauft, find ich toll, ne, man denkt so, und sieht so, ja, als wenn es wirklich nicht viel, aber es ist schön, das ist wirklich gut, ja, wo wir jetzt noch bei Wäsche sind, hab ich hier noch einen Venelle auch dabei, und, äh, ja, 100% biologisch abbaubar, und natürlicher Duft, jetzt muss ich nochmal riechen, den hatte ich vor längerer Zeit, ja, mh, der war ganz gut, doch, der war ganz gut an der Wäsche bei uns, ja, äh, für 37 Wäschen, und es ist vegan, und es ist, der Geruch steht drauf, süß, krass, ja, kann man kaufen, wenn da ein Angebot ist, ich kaufe ja sowas, grundsätzlich ein Angebot, also, beachte ich drauf, ich würde, äh, für so eine Flasche fast nie 2 Euro ausgeben, bin ich ganz ehrlich, da, wenn irgendwas in Weißspüler, oder irgendwas Ferry, oder Persil, dann nehme ich da gleich mehrere von mit, und das hält dann auch mit Zeit, ich muss sagen, mein Bestand ist jetzt sehr, sehr leer, da muss ich unbedingt dir was nachfüllen, aber ich kann nur sagen, das war super, und das gibt's auch wieder nach, also, umfass zu sagen, so, hab ich jetzt überhaupt noch was hier für Wäsche, ach ja genau, diesen kleinen Lohr, den hatte ich schon ewig angefangen, der stand so in der Ecke, den hab ich ganz vergessen, das ist so eine Probiergröße gewesen, äh, mit frischer Technologie von Ariel, das war jetzt hier für 20 Wäschen, extra Geruchsabwehr, ich muss sagen, der hat mich auch nicht, jetzt hab ich noch gedacht von Ariel, dass mich das ein bisschen umhaut, aber, mh, also ich muss sagen, ich fand's nicht so gut, ich hab gerade gesehen, die Woche, irgendwo in den Lingen, gab's ja diese kleinen Probiergrößen, ich weiß jetzt nicht, ob das, und die waren schon eher teurer, die hatte ich damals, so von halbem Jahr für 99 Cent gekauft, und ich glaub, jetzt war's schon mit 1,29, wo ich die stehen sehen hab, und da hab ich gedacht, nee, komm, das nimmst du nicht mit, ich glaube auch, das war eine andere Duftrichtung, ja, deswegen hab ich da erst dran interessiert, aber dann hab ich gedacht, für 1,29, na hört mal, da kriegt er eine komplette, große, und, nee, das seht ja nicht ein, also 9,90 für die kleine Flasche, reicht ja wohl, und hab stehen lassen, da war denn mein Interesse, doch erst mal ein bisschen, ähm, abgetan, dann hab ich mir so eine Denk mit Flasche, erst hab ich gedacht, zum Auffüllen gekauft, auch um die Umwelt ein bisschen zu schonen, und nicht so viel Plastik, und ich muss sagen, ja, das füllt man dann, äh, bis zu der ersten Rill hier oben auf, das steht aber auch hinten genau drauf, und ich muss sagen, das ist genauso toll, als wenn man sich eine ganze Flasche kauft, und, ähm, ja, super einfach, kann ich nix sagen, und das ist noch 50 Cent fast billiger, ich glaub, die kosten ja auch schon 1,29, glaub ich, sonst die Flaschen jetzt stellenweise, und diese ganze, ist hier ja weniger drin, dadurch, dass man das mit Wasser auffüllt, hier sind 333 Milliliter drin, und man muss ja noch so ein bisschen Wasser reinmachen, um die Flasche vollzukriegen, aber das tut der Sauberkeit nix ab, und, ähm, und, ähm, weniger Plastik, wie gesagt, und, für 88 Cent statt 1,30, muss man bloß die alte Flasche aufnehmen, oder eine haben, ja, was hab ich denn noch schönes, dann reinhendes Mittel, genau, dann hatte ich einmal, äh, von Fit, das Superblumen, Blütentraum, Spülmittel, ich muss sagen, ganz toller Duft, richtig schöner Schrauben, äh, hatte hier irgendwo ein Angebot mal mitgenommen, hab ich schon jahrelang nicht mehr gehabt, das Fit, aber ich muss sagen, probiert es mal, ist super, und, würde ich immer wieder nachkaufen, kann ich zu 100% empfehlen, war auch ein sehr schönes, äh, gepürbarten Abwasch, ich weiß ja immer meine Töpfe, weil ich die nicht in die Spülmaschine gerne stelle, und deswegen, brauche ich das immer, dann hatte ich nochmal von Denk mit, mir sowas mitgenommen, das Naturspül Ultra, ähm, ja, auch 100% recycelbar, und ich muss sagen, äh, hier steht drauf, löst zuverlässig Fett und Schutz, und das war auch super gut, ich glaube, das war 95 Cent, aber ganz toll, würde ich mir auch zu jeder Zeit wieder kaufen, kann ich auch zu 100% empfehlen, ähm, dann hatte ich hier von Fissen, Anti-Kalkreiniger, äh, den Natur, und ich muss sagen, auch der war recht gut, aber ich muss auch dazu sagen, den hatte ich auch irgendwo ein Angebot mitgenommen, aber auch nicht besser als, ähm, ein stinknormaler Badreiniger von der Algenmark, Rossmann oder DM, aber wie gesagt, auch ein Angebot mitgenommen, und dann probiert man ja gerne mal was durch, hat nicht mehr Kalk beseitigt, wie anderen auch, und, ja, wenn es ein Angebot ist, nehme ich es wieder mit, und wenn nicht, dann lasse ich es. So, ich glaube, das waren schon fast meine Haushaltsprodukte, ne, hier habe ich noch einmal, das läuft hier auch schon ein bisschen aus, immer nicht gut, aber dann bin ich, glaube ich, mit den Haushaltsprodukten so weit durch, oder? Ne, dann habe ich noch eins, ja, mit meinem Fit, das ist schlimmer, mehr weiß ich auch, vom Palmolive hatte ich das Ultrakonzentrat, Orchidee, ähm, 96% Inhaltsstoffe, natürlichen Ursprungs, hochwertiger Duft mit natürlichen Ölen, und ich muss auch sagen, das war auch ein Angebot, irgendwo jetzt die letzten Tage, Wochen, und ich muss sagen, das war auch richtig, richtig toll, und auch das würde ich wieder kaufen, hat auch total seinen Job gut gemacht, ob es fettig war, ölig war, es ging alles super ab, also das könnt ihr euch auch kaufen, und dann hatte ich noch von Rewe, beste Wahl, den Entkalker für Haushaltsgeräte, kraftvoll, jetzt kommt mein Karl, gegen Kalk, schon für Geräte, das ist auch super, das kaufe ich mir auch regelmäßig nach, das kann ich auch allen empfehlen von euch, macht die Kaffeemaschinen super, braucht man nicht immer die Tabs, die teureren, geht super damit, auch bei einem Kaffeautomaten großen. Und zwar haben wir das von Schwarzkopf, Glisskur, Haarreparatur verbraucht, Expresskur in einer Minute, und ich muss sagen, super tolles, Spülung, jetzt bin ich ein bisschen durcheinander, weil Karlchen reinkommt hier gerade, die waren draußen, Widerstandskraft und Glanz, sehr geschädigtes, für sehr geschädigtes und trockenes Haar, aber das könnt ihr euch auch kaufen, das macht auch super seine Arbeit, also danach blänzen meine Haare jedes Mal, und ja, also das kann nicht wohlfühlen. Preislich glaube ich 2,99, wenn ich mich jetzt nicht täusche, ich mit meinen Preisen hier, ja da habe ich einmal das Farah Limit Edition, die hatte ich vorhin ja auch schon mal, und die habe ich jetzt irgendwo wieder mitgenommen, weil ich das in Erinnerung hatte, dass das ganz gut gerochen hat, aber ich muss sagen, dieses Jahr fand ich es jetzt gar nicht so angenehm, Caboia, würde ich mir nicht nochmal kaufen, Schauergel und Duschgel, ja also ist nicht so meins mehr, vor allem hat es mir gut gefallen, ich weiß nicht, kann es sein, dass da manchmal die Gerüche geändert werden, und die Flaschen immer noch die gleichen bei, und ich habe das jetzt gerade das Gefühl, auch bei Balmolive, dass ich das vorhin sehr viel lieber mochte, aber ich weiß es nicht, vielleicht ist man ein Witz von einem selbst, ne, aber so. Dann hatte ich noch ein Nivea verbraucht, Pflegedusche, Creme Soft und Mandelöl, Vitamine und Öle, und wisst ihr, Nivea, liebe ich ja, ist mein Favorit, und ja, würde ich mir immer wieder kaufen, mag ich früher und dieses Jahr noch, und ja, super. Dann haben wir, die Männer hier bei uns, Hett in Schulter verbraucht, für juckende Kopfhaut, mit Pfefferminze, und ich hatte neues Kinds da, und habe das mal genommen, und ich muss sagen, tolles, kühlendes, bei der Hitze, Shampoo, die Männer haben gesagt, probier das mal aus, das ist wirklich, als wenn die Kopfhaut ein bisschen kühl und frisch, und man kann richtig gut durchatmen, wenn man das auf dem Kopf hat, also habe ich mir dann ja schon eingebildet, das mag jetzt Einbildung sein, ist auch für Schuppenschutz, und für bis zu 72 Stunden Halt, Schuppenschutz, also für 72 Stunden Halt, aber es ist vom Geruch her toll, und es fühlt sich auch auf dem Kopf, sehr, bei Hitze, sehr, sehr angenehm an, also das könnt ihr auch gerne mal probieren, ich fand das richtig toll, also muss ich ganz ehrlich sagen, wollen die Männer auch nachfragen. Ja, muss ich mal gucken, was haben wir noch die drinnen, wozu ist das jetzt gar nicht mehr? Ach, dann habe ich hier noch noch ein Bübchen, so ein, Hallo Karl, ein Shampoo und Duschgel, sensitiv, ja, wenn der Moritz mal hier war und geschlafen hat, das würde auch was verhalten, zum Baden, na, warst du draußen, so kleine Maus, hm, warst du draußen, ja, muss ich den Karl einmal streicheln, ja, das war auch ganz gut, also, ja, war ein schöner Geruch, kann ich auch den Muttis empfehlen, die mich vielleicht mal zuschauen, ja, dann hatten wir einmal, das ist vorwiegend Emily ist, das Gatubi von Schwarzkopf, das Trockenshampoo, ja, extra frisch, wollte ich schon extra stark, wollte ich schon sagen, und was hier schön ist, man hat keine weißen Rückstände auf dem Kopf, finde ich ganz wichtig und deswegen darf sie sich das auch immer wieder mitnehmen, sie hatte sich mal anderes gekauft, da lag das richtig drauf, das fand ich unangenehm und deswegen ist das hin und wieder mal erlaubt für uns, weil Gatubi ist schon ein bisschen teurer als alles andere, ach ja, dann hatten wir noch ein Nivea, das war von uns, Frauen, Diamantglas von Nivea hier, normales bis glanzloses Haar steht hier drauf, zur Anwendung und ja, das war auch ganz gut, konnten wir beide gut vertragen, ja, sehr klein geschrieben, obwohl ich schon eine Brille auf habe, ja, pH optimal, steht hier noch drauf, was ich nicht lesen kann, aber Nivea, glaube ich, ich kenne auch alle Hausfrauen und auch von mir Duft, ein sehr angenehmer Duft, ich sage es so mal, so rein, ein Interessat, ja, so, was hatten wir dann noch hier, ach, das habe ich hier weggeworfen, das war irgendwie ausgelaufen, das war schon eklig, von Schwarzkopf, Gatubi, spitzenmäßig, light stylendes Haaröl, für glänzende Haare, und das ist richtig toll, aber irgendwie ist hier, hier oben läuft das immer raus, wenn ich drauf drücke, und deswegen haben wir das jetzt entsorgt, aber das kann ich auch jedem empfehlen, ich weiß gar nicht, wie teuer, bei drei Euro, noch was, und das kann ich jedem empfehlen, das ist auch super schön für die Haare, also das könnt ihr euch auch kaufen, ach so, und dann hatte ich hier noch wieder eine Kinder, eine Kindercreme, von unserem kleinen Mann, von Penaten, Natursam, so eine Wunschschutzcreme, bewährt, das natürliche Gleichgewicht der Haut, und ich muss sagen, ja, im Probebereich ist die sehr gut, und haben wir auch schon nachgekauft, wenn er dann hier ist, dass wir auch was für ihn hier haben, ach, hier habe ich noch mal eine Küte, habe das heute in die Küte reingebauten, irgendwie verwechselt das immer wieder, dann hatte ich noch von Altera, Naturkosmetik, die Sonnencreme 50 hoch, aber ich weiß nicht, ob die abgelaufen war, die hatte ich mir schon, im März gekauft, aber ich habe die jetzt, die ist doch voll, ich habe die jetzt vielleicht dreimal genutzt, und immer ist das, als wenn sich da öliges Wasser drin sammelt, hört mal an, man kann das auch so schütteln, ich weiß nicht, ob das so sein muss, vielleicht weiß das einer von euch, wer das vielleicht sieht, und die auch schon mal hatte, die hatte ich aus dem Rossmann, ja, und ich habe noch gedacht, Altera ist ja eigentlich gut, nimm das auch mal mit, und probier das, jetzt habe ich ja nie weh, aber es nicht brennt in den Augen, aber vorher hatte ich dann, erst mal so ein bisschen durchgetestet, wieder für dieses Jahr, und ist ja auch, eine gute Creme sonst eigentlich, so eine Creme 50 hoch, aber ich muss sagen, das war so ölig, das kam wie Wasser raus, und ich hatte mir da zwei Blusen mit versaut, und dann habe ich es hingelegt erst, und habe den mehr geschüttelt, aber auch das hat nicht viel geholfen, und jetzt habe ich gesagt, weg damit, ich habe noch reichlich, und bevor man sich da die ganzen Sachen mit versaut, weg, so ihr Lieben, und dann hatte ich mir noch was, aber da weiß ich jetzt, nipfapp, oder wie heißt das, verfeinertes Haut, weiß ich nicht, es ist ein Gesichtspeeling, von nipfapp, ich weiß es nicht, habe ich noch nie gehabt, war das erste Mal, das war bei 9 Euro, weiß ich noch, und ich war ganz gespannt, weil ich hier unten, so eine Stressflecke hatte, und ich habe gedacht, vielleicht hilft das alles, dazu habe ich mir auch noch, eine Gesichtscreme mitgenommen, die benutze ich aber noch, und ja, das ist schon alle, es war auch ganz gut, aber er war keine 9 Euro wert, also kann ich jetzt auch nicht direkt empfehlen, weil er Interesse daran hat, aber es war auch nicht schlecht, es war so, für 9 Euro zu wenig, wie soll man es sagen, aber auch nicht ganz schlecht, so wie es manchmal ist, so ihr Lieben, ich wünsche euch, mein Kalb sich jetzt hier unten auf die Erde, ich wünsche euch noch einen schönen Rest, Sonntagabend, bleibt schön gesund, und wir sehen uns bald wieder, macht's gut ihr Lieben, passt auf euch auf,